50 Meter unterhalb von hier hat sich ein Fahrzeug, hat die Kontrolle verloren, ist über eine Verkehrsinsel gefahren und ist dann hier zum Liegen gekommen. Über die Insassen des Fahrzeugs können wir zur Zeit noch keine Angaben machen, die sind flüchtig. Die Polizei hat uns gesagt, es sind keine verletzten Personen an der Einsatzstelle. Ja, es ist hier ein Trümmerfeld, wir müssen Stadtlicht rauskommen lassen. Die Person hat da eine Laterne mitgenommen, dort liegen Stromkabel frei, die kommen jetzt noch raus. Wir haben die Einsatzstelle weiträumig abgesichert, die auslaufenden Betriebsmittel wurden von uns abgestreut und werden gleich aufgenommen. Verkehrsinsel, Bewuchs, Begrenzungsschilder, Bordsteinkanten, eine große Peitschenlaterne von 7 Meter. Dementsprechend sieht das Auto auch aus. Ein AllemКАgen wird da. Was macht das so? Was macht das so?